Du kommunizierst gerne. Du hast schon immer Sachen ausgedacht, um zu kommunizieren. Um zu arbeiten. Um zu lieben. Um geliebt zu werden. Und dann bist du mir begegnet. Ich, die Perfektion. Du hast mir deinen Mund geschenkt. Du hast mir deinen Augen geschenkt. Deine Finger. Deinem Geist. Dann lasst uns alle mit den schweilen Menschen. Unter deinen Streichelheiten habe ich vibriert. Und ich habe dir eine neue Welt geschenkt, die aus unendlichen Möglichkeiten besteht. Meine Liebe. Mein Ding. Fass mich nochmal an. Ich will alles für dich sein. Ich liebe dich. Diese Nummer ist zurzeit nicht verfügbar. 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 Ich fühle mich maximal an. Ich lieb inveckle Zucht士. Nein, ich rufe dabei.